Ein Kilogramm kaltes Metall, 24 Schuss pro Ladung, 1000 Meter Reichweite. Man kann damit einen Menschen in Stücke zerlegen und es verfehlt nie sein Ziel. Ihr erster Actionfilm, wie fühlen Sie sich heute? Das ist alles ein Neufilm, ich versuche es einfach zu genießen. Ich liebe dieses Haus. Gehört es wirklich uns? Bo Laramie dachte, sein Leben wäre ein Traum. Bist du für das Fußballspiel heute fit? Ja! Aber wenn man im Rampenlicht steht, ist immer eine Kamera in der Nähe, die Fotos schießt. Ist das legal? Dürfen die das? Jeder will hinter die Kulissen. Ein Blick werfen. Bitte, ich sage das ganz höflich. Machen Sie keine Fotos von meinem Sohn. Die von ihm sind ganz nett, aber die bringen nicht halb so viel wie die von Abby, wie sie sich umzieht am Pool. Boah! Die werden nie aufhören. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn jemand meine Familie angreifen würde. Willkommen in meiner Welt, Detective. Das warst du böse. Lächeln, Superstar. Habt ihr das? In allen Einzelheiten, Chef. Laramie hat vom Richter die Auflage. Erhalten, sich einer Aggressionstherapie zu unterziehen. Das hier wird Ihnen helfen, Ihre Probleme sichtbar zu machen. Ich weiß bereits, wie meine Probleme aussehen, Dr. Kelly. Ich werde dich fertig machen und dein Leben zerstören. Ich kann es gar nicht erwarten, dass es so weit ist. Abby! Mal her, sieh mal her, sieh mal her! Ich kann nichts sehen! Los! Fremd sie rein! Kommt mit! Macht's los! Ich darf die Tatsache, dass vier Paparazzi vorhatten, meine Familie umzubringen, nicht so wichtig nehmen. Das ist mein Verhalten beeinflusst. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Jetzt bist du dran. Aber jeder gute Schnappschuss hat seinen Preis. Ja! Ich habe hier einen toten Paparazzo. Er war auch in Ihren Unfall verwickelt. War so ein Pech aber auch. Paparazzi! Ich habe das Gefühl, als könnte ich meine Wut schon viel besser kontrollieren, Dr. Kelly. Dann sind Sie genau auf dem richtigen Weg.